Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Elternausschuss sieht Bildungskrise in Berlin. Senat verfehlt Ziele beim Wohnungsbau und das Wetter. Es wird wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und auch Regen. Und damit herzlichen Willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 5. August 2019. Zum Start des neuen Schuljahres in Berlin übt der Landeselternausschuss Kritik an SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres. Berlin stecke mitten in einer schulischen Bildungskrise und sie nehme nicht wahr, dass hier entschieden genug gegengesteuert werde, erklärte der Vorsitzende der Elternvertretung Norman Heise am Montag. Er verwies auf das wiederholt schlechte Abschneiden Berliner Drittklässler bei Vergleichstests in Lesen, Schreiben und Rechnen. Viel Unterrichtsausfall sowie die bundesweit höchste Quote von Schulabgängern ohne Abschluss, zuletzt 11,7 Prozent. All das mache rasches Handeln nötig statt permanentes Schönreden. Scheres verspreche seit Jahren Verbesserungen, es tue sich aber nichts. Die Senatoren haben bei diesen Themen für sie ihre Glaubwürdigkeit verloren, so Heise. Heise forderte Scheres auf, einen Krisengipfel einzuberufen, um über Ursachen und Lösungen für die Probleme bei der Bildung zu beraten. Bildungsverwaltung, Politik, Hochschulen, Gewerkschaften, Lehrerverbände, Vertreter des pädagogischen Personals, Landesschüler- und Landeselternausschuss gehörten an einen Tisch. Notfalls müsse der regierende Bürgermeister Michael Müller das Thema zur Chefsache machen, forderte Heise. Die aktuellen Entlastungen für Familien beim Schülerticket, beim Schulmittagsessen und bei den Hortkosten in der ersten und zweiten Klasse seien sozialpolitische Maßnahmen, die der Elternausschuss begrüße, ergänzte Heise. Sie hätten aber keinen beziehungsweise kaum Einfluss auf gute und bessere Bildung. Der rot-rot-grüne Senat kann nach Informationen der Berliner Morgenpost seine Ziele beim Wohnungsbau nicht erreichen. Neben den privaten Bauherren bleiben auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen hinter den politischen Vorgaben zurück. Das geht aus einem Bericht hervor, den Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher am Dienstag im Senat vorstellen will und der der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Demnach unterschreitet Berlin die selbstgesteckte Marke deutlich, bis zum Jahr 2021 30.000 neue Wohnungen im Landesbesitz zu schaffen. Lomscher rechnet damit, dass die landeseigenen Gesellschaften bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 lediglich gut 26.000 neue Wohnungen errichten werden. Diese Zahl wird allerdings nur erreicht, wenn es gelingt, 2021 mit 10.000 doppelt so viele Wohnungen fertigzustellen wie in den Vorjahren. Trotz eines breiten politischen Konsenses will die Bundesregierung nicht vor September über eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr entscheiden. Die Regierung begrüße alle Vorschläge, wie der Klimaschutz vorangebracht werden könne. Es gehe aber darum, ein Gesamtpaket zu schnüren, hieß es. Das Klimakabinett der Bundesregierung will darüber am 20. September entscheiden. Das Bündnis Allianz Pro Schiene warnte unterdessen vor übertriebenen Hoffnungen auf eine klimapolitische Wirkung. Eine Mehrwertsteuersenkung sei wichtig, weil sie ein Stück weit Fairness schaffe. Sie löse aber nicht die Probleme im Verkehrssektor, sagte Geschäftsführer Dirk Pflege am Montag der Deutschen Presseagentur. Die Nachfrage nach Bahnreisen sei ohnehin groß. Entscheidend sei, dass die Politik mit einer deutlichen Aufstockung der öffentlichen Mittel für die Schiene die Infrastruktur und damit das Angebot spürbar verbessere. So pflege weiter. Das neue City-Bus-Konzept der Berliner Verkehrsbetriebe stößt auf scharfe Kritik beim Berliner Fahrgastverband IGIP. Die veränderte Führung mehrerer Buslinien würde viele Fahrgäste zu zusätzlichem Umsteigen zwingen und das Problem des unzuverlässigen Busverkehrs, speziell in der östlichen Innenstadt, nicht lösen. Der Verband forderte am Montag Senat und Bezirke auf, durch bauliche und verkehrsbehördliche Maßnahmen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die BVG nicht zur Zurücknahme oder Veränderung nachgefragter Busangebote zwingt, sondern im Gegenteil eine Ausweitung ermöglicht. Die BVG hat mit Beginn des neuen Schuljahres die Streckenführung mehrerer Buslinien in der Innenstadt geändert, um mehr Stabilität in den verspätungsanfälligen Busbetrieb zu gewährleisten. So verkehrt etwa der TXL-Bus seit Sonntag nur noch zwischen dem Robert-Koch-Platz an der Charité und dem Airport in Tegel. Auf der traditionsreichen Red Party am Wannsee konnte in diesem Jahr ein Spendenrekord in Höhe von 55.000 Euro für den guten Zweck erzielt werden. Ihren Gast Dr. Obama, Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, sammelte gemeinsam mit Gastgeber Christian Jerome, Gründer der allgemeinen Immobilienbörse, Spenden für die Auma-Obama-Foundation Saudi-Q. Saudi-Q bedeutet starke Stimmen und ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen in Kenia, im Westen von Kenia, im ländlichen Gebiet, um ihnen eine starke Stimme zu geben, damit sie lernen, ihr Leben selber zu bewältigen. Sie haben ein Land, sie können das Land bearbeiten und bebauen, damit sie was zu essen haben, damit sie Geld verdienen. Die Familien machen das meistens nicht, die wollen alle in die Stadt, die wollen irgendwie einen Job hinter einem Schreibtisch. Und wir versuchen das zu ändern, damit die Menschen, die Kinder dort lernen, das Land wertzuschätzen und das Land zu benutzen, um ihr Leben zu verbessern. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht zeigt sich der Himmel bewölkt und die Temperaturen sinken auf maximal 18 Grad. Der Dienstag startet noch mit viel Sonne, im Laufe des Tages nimmt dann aber die Bewölkung immer mehr zu und am Abend kann es auch vereinzelt regnen. Das Quecksilber steigt auf angenehme 26 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Es bleibt wechselhaft. Am Mittwoch hat die Sonne kaum eine Chance, der Himmel zeigt sich bedeckt und vereinzelt kommt es zu kurzen Schauern. Der Donnerstag bringt uns dann viel Sonne bei einem wolkenlosen Himmel und am Freitag zieht es sich im Laufe des Tages wieder zu und es soll im Laufe des Nachmittags und Abends auch regnen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dabei wieder langsam Richtung 30 Grad. Am Mittwoch erreicht das Quecksilber 25 Grad, am Donnerstag 26 und am Freitag 29 Grad. Das waren die Meldungen für heute Ihnen noch. Alles Gute und bis morgen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.